Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Nox. Ja, ich war ja beim letzten Mal extrem clever und hab mich da ständig von den Magiern abknallen lassen. Und natürlich war es extrem dumm, dass ich zwischendurch nicht gespeichert hab. Danke nochmal an Kalidern 17, dass du mich daran erinnert hast, dass es ja diese tolle Fähigkeit gibt. Als ich das hier als Magier durchgespielt hab, hab ich ja ständig mit Quick Save zwischengespeichert. Aber diesmal hab ich das irgendwie total verpennt. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt nochmal. Ich könnte sein, dass ich jetzt ein paar Mal trotzdem nochmal draufgehe, weil ich halt seit geraumer Zeit nicht mehr gespielt habe. Hallo, was ist denn los hier? Gibt's hier irgendwas Geheims hinten? Nee, okay. Wie wird das leise? Den haben wir erwischt? Nein! Ich bin nur nicht hinter den Herd teleportiert, wenn die nehmen wir mit. Den habe ich erwischt, schön. Uh, das war ein Feuerball. Der hat mich voll erwischt. So cool. Nein, nicht der her. Ganz ruhig. Der wird ja irgendwann wiederkommen. Da ist einer weggebeamt. Da war ich zu langsam. Schön, speichern jetzt. Ich hab keine Lust, den ganzen Kram nochmal zu machen. Der ist weg. So, komm, komm, zeig dich. Den habe ich auch erwischt. Sehr schön. Da ist mein Kampf-Ding in sie da. Ja. Oh je. Da habe ich Mist gebaut. Ganz groß Mist sogar. Puh. Alter. Alter, ich war... Ah, warum reagiert meine Maus gerade nicht? Verdammt. Okay, das ist nicht gut. Das war doch. Warum? Hallo? Ich meine, ich habe eine neue Maus bestellt jetzt. Ähm, das war gerade scheiße. Okay, das macht aber nichts, denn ich habe ja zum Glück fixelf gemacht. Na schön. Probieren wir das Ganze nochmal. Oh, zum Glück liegen wir genügt halt drin rum, ey. Na schön, warte ich nochmal ein Sekündchen ab. Firewalls, da war. Hier gibt es wieder richtig schön viel Loot, was wir noch alles verticken können. Das war nicht gut. Das ärgert mich. Speicher nochmal. Boah. Größer Magier. So, der ist auch weg. Sehr gut. So langsam aber sicher wird's. So langsam aber sicher wird das hier was. Ich kriege ein paar von denen aufgeräumt hier. Ähm, Speicher nicht vergessen. Ich kriege es nicht hin, ey. Ich kriege es einfach nicht hin. Na komm, zeig dich. Nein! Puh, schnelllebensenergie. Wieder auffüllen. Der hat schon mal eine Treffer abbekommen. Das heißt, der wird auch bald drauf gehen. Ich hab's ja auch nochmal erwischt. Ha, 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 ha. Und wieder einer weniger. Als viele müssen wir es jetzt eigentlich nicht mehr sein. Sprechen wir nochmal. Oh, man kann schon sagen, hier hab ich auch noch nicht aufgeräumt. Ich geh nur mal in dieser Haltrinke mit. Was ist das hier? Nix, nur ein Blasebalg. Der hier als Abdick herum liegt. Okay, was hab ich jetzt aufgemacht? Ich hab irgendwo was aufgemacht. Scheint sich aber sonst keiner mehr herzutrauen von denen. Das gefällt mir. Dann, machen wir weiter. Baaah. Hier, was weiß ich, ist weg. Okay, noch einer weniger. Na, schade, der hat sich direkt wieder weg teleportiert. Aber ich stehe natürlich gar nicht mehr so schlecht hier. Ah, da bin ich jetzt. Okay, gut zu wissen. Ich muss eben kurz auf die Map gucken, wo ich eigentlich bin. Und Speicher nicht vergessen. Ja, ich sag mal, das wurde uns alles hinterher, ne? Hier kann man auch ein Gold. Ah, schon wieder daneben. Nehmen wir mal den Apfel mit. Ein Heiltrank. So, der ist weg. Noch ein Heiltrank. Oh, da ist noch Gold, sehr hübsch. Was habe ich eigentlich als Zweitwaffe ausgerüstet? Die Helibate ist horrendos, okay. Sollte ich vielleicht solche Kisten mal, äh, solche Dinger hier mal mit der Helibate zerstören? Denn die Helibate ist ja unzerstörbar. Hm. So, auch Bier aufgemacht. Das kann aber noch nicht alles gewesen sein. Eigentlich. Ich habe das Gefühl, dass das alles gerade ein bisschen ruckelt. Ich weiß leider nicht, wieso. Das ist sehr merkwürdig. Das kann natürlich auch an meiner Maus liegen. Wie gesagt, das Ding ist nicht mehr so prickelnd. Na, gucken wir mal hinterher. Ne, aber auch. Jetzt ist nur noch diese eine Feuermagier da, wie es aussieht. Oh, das war gemein. War offenbar eine Falle. Wo geht es denn hier hin? Ah, okay, hier ist jetzt der Teleporter offen. Aber hier ist noch ein Magier, der hier noch rumtürnt. Den möchte ich gerne noch kriegen. Wenn ich nur wüsste. Na, ach, verdammt. Das habe ich noch nicht erwischt. Was geht das hier durch? Oha. Oha. Oh, das ist noch knapp. Ich hätte mal verwirren sollen, ne? Wo ist der? Wo ist der? Na, also. Jetzt habe ich sie endlich. Okay, dann sollen wir jetzt mal das ganze Loot hier ein. Verkaufen die ganzen Kram mal. War da oben noch was? Nein. Okay, alles klar. Das ist, mein Name ist gerade echt bescheuert. Das nervt. Wie soll ich denn das schaffen hier, wenn die ständig so hakelt? Vielleicht noch was? Steht hier sonst noch irgendwas rum? Nein. Oder? Nein, definitiv nicht. Gut. Wachen wir wieder mal voll, bis wir nichts mehr tragen können. Und dann geht's ab. Zum Shop. Mal gucken, ob die Reparaturen für unsere Ausrüstung wieder mal unsere ganze Kohle auffressen. Da lag noch was. Ich wechsle mal eben kurz die Waffe, denn wenn ich das mal, wenn ich dagegen drauf haue, dann... Dann, äh... Verringert sich die Lebensdauer unserer Waffe, nimmt aber nämlich Schaden. Und die Hellebarde ist ja unzerstörbar, von daher geht das dann schon unterlegen. Noch Stiefel rum, ne Menge, nichts vergessen. Wir nehmen alles mit. Wir werden alles verticken. Vielleicht auch noch was. Hier waren wir jetzt, glaube ich, fertig. Ja. Hier laden nix rum. Da ist noch ein Heiltritt, den ich nicht mehr mitnehmen kann. Dann beamen wir uns hier raus. Und gehen mal in den nächsten rein. Jetzt sind wir hier, alles klar. Da sind noch Äpfel, die kann ich nicht mitnehmen. Soll mir recht sein. Noch was kaputt machen? Ne, Geheimgang scheint es ja auch nirgendwo zu geben. War das alles hier? Scheint so. Nein! Ist da doch tatsächlich noch ein Feuermagier übrig, wa? Dann speichern wir das hier jetzt aber nochmal. Hehehe. Ich dachte, ich hätte sie alle erwischt. Na, also. Jetzt habe ich seine Leiche wegteleportiert. Okay, ich trage zu viel. Okay, definitiv. Ich trage zu viel, das ist schade. Dann müssen wir hier nämlich nochmal hierher kommen. Und daher. Das ist so, ich muss nicht vergessen. Ähm, ja. So, nochmal speichern. Und jetzt gehe ich verkaufen. Jetzt muss ich natürlich nur den Weg hier rausfinden. Hehehe. Ja, cool. Oh, wir gehen ein bisschen hier lang. Und die Gift Potion brauche ich nicht. Hier ging es auf jeden Fall raus. Ich glaube, ich trabe auf der anderen Seite. Huch, soll ich noch was? Flimst die Leber? Oh, okay. Na, die kann ich zum Glück noch mitnehmen. Jetzt kriege ich selbst die nicht mehr mit. Die müssen wir natürlich gleich noch einsammeln, wenn wir uns wieder auf den Weg zurück... Hallo? Mann! Was ist denn das hier? Stimm sowas. Ist das der richtige Weg? Ähm. Nein. Hier oben geht es raus. Oh, ist das kompliziert. Hier verläuft man sich ja ständig. Und dass das so ein bisschen hagelt, nervt auch. Aber das kann ich, denke ich, nicht ändern momentan. Und da sind wir auch schon wieder draußen. So, gehen wir gleich wieder zum ersten besten Shop. Das ist Kincaid's. Ich kann dir Barber verkaufen, aber... Geh kurz über das. Ja, ja, auch meine Rüstungsfestivie war. Das ist ja natürlich uncool. Hm, das wird sehr teuer, die zu reparieren. 55 nur. Sind wir hier richtig? Nee, diesen hier haben wir immer gehabt, ne? Aber nicht vergessen, dass du deinen Krieg schreitst. Es hat wirklich die Rüstungen verletzt. Das ist die Wizard's Keep. Ich sehe nicht so viele Flüsse, die in meiner Hand sind. Ähm, nein, danke. Das lassen wir mal sein. Dann verkaufen wir es an ihnen. War-Kreis, es hat wirklich diese Rüstungen verletzt. So, die gehen weg, die ganzen Helme weg, die bringen jetzt ein bisschen Kohle rein. Aber meine Rüstung, ey, ich muss die unbedingt behalten, weil die echt gut ist. Alles, was wir sonst an Alternativen hatten, ist schlechter. Auch wenn die Reparatur teuer ist. Das müssen wir dann wohl hinnehmen. Damit das alles vernünftig was wird. So, weg damit. Weg, weg, weg. Na, den nicht. Den wollte ich eigentlich gerne behalten. Flimsy. Ja, den... Ja, weiß ich nicht. Verkaufe ich den? Flimsy Iron Warhammer. Was macht denn der in Damage? Base Damage 103. Base Damage 41. Der war doch mega langsam, ne? Indestructible. Habit of Runders. Tja. Weiß ich nicht. Sturdy Battle-Ex. One-Handed Chopping. Warum nutze ich denn kein Schild, wenn ich das Ding habe? Verstehe ich nicht. Blödheit, ne? Wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Die ist noch ganz gut vorhanden. Äh, wie sieht es hier aus? Uh, 208 von 147. Mann, Mann, Mann. Das ist nicht gut. Egal, ich verticke erstmal den ganzen Magier-Kram. Dann überlege ich mir, wenn ich das Ding auch noch raushaue. Der hat nur noch zwei Schuss, deswegen gibt es dafür so wenig Geld. Aber das macht nichts. Der kriegt schon ein bisschen besser. Der auch. Die ganzen Rüstungen können auch hier... Alle weg. Das braucht ja kein Mensch, dieses Magier-Gedöns. Ich weiß nicht, ob ich das Magier genau das gleiche mit den Krieger-Sachen gemacht habe. Nur, dass ich da viel weniger tragen konnte, weil die ganzen Krieger-Sachen natürlich eine ganze Ecke mehr wiegen. Als ein paar Magier-Roben. Ja, guck, wie viel habe ich denn noch von dem Mist? Der ist irre, dass ich da schon wieder alles eingesammelt habe. Und das ist nur der erste Durchgang gewesen. Ich muss ja gleich nochmal rauf in den ganzen Kram einsammeln, der noch liegen geblieben ist. Und das noch mal alles verkaufen. So, na, endlich. Was war das hier oben für ein Langschwert? Ah. Mighty Silver Longsword macht 45, Base Damage 29. Brauche ich das denn noch? Base Damage 21. Nö, warum habe ich das noch? Hm, keine Ahnung, weg damit. Brauche ich nicht mehr. Silver Kaichi, Silver Round Shield of the Dragon's Claw. Kann ich den Klamm verkaufen, den Silver Kaichi-Shield? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich belasse es erstmal dabei. Die reparieren. Unsere Rüstung. 1.598. Boah, teuer. Machen wir. 205, 351, der Helm. 590. Das, boah, 500, das ist echt teuer. Ja, komm, scheißegal, die Axt lassen wir mal weg. Wenn sie kaputt geht, dann machen wir irgendwas anderes. Ist egal. Dann benutzen wir die Helibade, spielt keine Rolle. Gut, dann auf geht's zu Loot einsammeln, Runde 2. Wir dürfen nicht vergessen, in dem Anstockwerk gab es noch Stiefel, die haben wir vergessen, unsere damaligen Durchgängen aufzuheben. Die nehmen wir natürlich dann mit. Alles klar. Dann hätte ich noch einen Helm. Hier noch was vergessen. Nein, dem wahrscheinlich nicht so zu sein. Ich bin auch nicht mehr. Ach, ich muss ja durch die Bibliothek durch, ne? Reizend. Ich hier noch was vergessen? Nö. Offenbar nicht. Ich weiß nicht, wir bestimmt irgendwas irgendwo übersehen haben. Auch wenn wir hier fertig sind, bevor wir zum Endboss gehen. Irgendwas vergisst man ja immer. So, hier gab es noch Stiefel, ne? Da standen einmal Stiefel. Sonst noch was? Nö. Doch. Moment, wo ist die Treppe? Da hinten. Hier durch und da auf, genau. So, hier war dieser Teleporter. So, da geht es schon los. Dann fangen wir jetzt mal in den Stab ein. Bei dem Teleporter waren wir, glaube ich, fertig, ne? Wir gehen jetzt mal wieder hier rein und machen diesen hier zu Ende. So, da ist noch ein Helm. Vielleicht ist nichts mehr, okay. So, gut, dann gewiss. Hier, halt, Moment. Das sah doch aus, als hätte es da hinten noch einen Geheimraum gegeben, oder nicht? Das machen wir nochmal. Wir gehen mal eben hierher. Das will ich jetzt mal eben checken. Ab checken. Diese Wand sieht so brüchig aus. Ne, da war nix. Okay, dann kommen wir hier nochmal rein. Da haben wir nämlich auch noch alles nur hier liegen lassen. So, das nehmen wir mit hier. Stiefel. Noch eine Probe. Noch einen Helm. Keine Stiefel? Nicht? Doch, da sind die Stiefel. Ich glaube, da sind die Stiefel. Ich glaube, da sind die Stiefel. Da sind die Stiefel. Sag mal. Wir sind jetzt hier für ein Mist. Schwennerei, sowas. Ich glaube, das war's, wa? Mehr Zeug gab's hier nicht. Ähm, jo, ich denke ich selbst das mal. So viel haben wir jetzt eigentlich noch gar nicht eingesammelt, dass sich das großartig lohnen würde, wieder runterzulaufen. Ähm, ja, es kann durchaus sein, dass uns dieser Teleporter jetzt schon zu Horvath führt, den wir dann wegklatschen müssten. Aber, ob das wirklich so ist und ob wir noch mehr Loot finden, das sehen wir beim nächsten Mal, wenn wir das letzte Pinox. Bis dann.